Hallo liebe Freunde, hier sind Dirk, Joby und René von der Heldmaschine. Und wir kommen nämlich im Oktober zu euch auf Tour. Ganz genau und wir sind nicht alleine, sondern wir haben noch die Jungs von Soulbound mit im Gepäck. Hi, hier ist Johnny, der Sänger von Soulbound und wir sind demnächst unterwegs mit der Heldmaschine. Tickets kaufen und dann natürlich vorbeikommen. Wir freuen uns sehr auf euch. Ihr wisst ja wie es ist, wir haben es schon mehrfach erklärt, Kartenvorverkauf ist super wichtig in diesen Zeiten. Wir sind natürlich bei euch, wenn ihr sagt, vielleicht findet das Konzert nicht statt, aber wir wissen ganz genau, wenn Karten nicht gekauft werden, werden auch Konzerte wieder ausfallen. Deswegen unsere Bitte an euch, bestellt die Karten und kommt vorbei und wir sehen uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kartenvorverkauf